Und wirf dich gegen den Habitag da. Ah, da war das war ein Männerheadshot, das muss ich echt zugeben. Boah, ich dachte schon da... Oh, meins. Nein. Nein. Okay, ich bin wieder groß. Okay. Ah, das ist der Flammenwerfer. Hä? Aber warum kann ich den Habitag nicht verbrennen, Mann? Ich hab gesagt, ich will verbre... Hm? Hast du, ich muss Münzen erst sammeln? Okay, glaub ich jetzt mal. Was? Fittig. Wie viele Minuten? Mann, ich bin über die Limite schon gegangen. Verdammt. Verdammt. Ich muss dann weitermachen. Ich muss dann wirklich weitermachen. Bis ich 20 Minuten habe und dann muss ich dann Cut machen. Du Bastard. Ich hab mich irgendwie noch getötet, zu Glück. Oh, ich bin ein Hase. Oh, ich bin ein Hase. Äh, ich bin... Ich bin ein Hase. Oder ein irgendwas Teil. Okay. Piu. Piu. Wie war... Hier, er kann voll weit fliegen. Oh, der ist effektiv. Den kann ich irgendwie zu Gebrauch machen. Irgendwie aber. Komm, Dankeschön. Hm. Äh, okay. Wo komme ich denn hierher? Boah, ich dachte schon... Ach. Du Bastard! Mann, es muss irgendwas darunter sein. Okay, ein Herz. Boah, hab ich das geschafft? Hab ich es? Oh, scheiße. Wir sehen jetzt schon kommen. Es wird schlimm. Aber ich hab's geschafft. Ach ja, keine Münzen. Verdammt! Ach, verdammt. Das ist nicht wie bei Mario. Scheiße. Der muss ja immer Geld sammelt, der Bastard. Mann. Ja, wo krieg ich jetzt Geld her? Okay. Hier. Hier. Und da auch noch. Und das. Und das hab ich jetzt auch noch bekommen. Super. Ich will das Geld haben. Dankeschön. Okay, egal. Egal. Okay, der war irgendwie da hinten stecken geblieben. Aber jetzt muss ich doch weiterkommen, oder? Jetzt muss ich weiterkommen. Du kannst nichts sagen. Ja, okay. Bastard. Der braucht immer Geld. Geldgieriger Bastard. Verdammt. Ja, super. Rast du nicht gleich... Ah, so ist es. Langsam verstehe ich das System. Und wie viele Minuten hab ich noch, bis ich Cut machen muss? Okay, noch genau sechs Minuten. Genau sechs Minuten hab ich noch. Haha. Böse Musik. Okay, eine Münze hab ich. Der kann nämlich einfach durchlassen. Super. Feuerwerfer. Äh, was? Also das ist ja Wikinger. Okay. Wikinger Power! Bäm. 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 Und. Wom. Puck. Huuu. 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 Ach, du Scheiße. Ich komm, komm ich jetzt nicht weiter, oder was? Ach doch, ich komm weiter. Ich dachte schon. Scheiße. Ach man, Mr. T. Mr. T. Mr. T. Doch nie so hart. Ähm. Äh. Ich gehörte nicht hierher. Ich weiß nicht, von wo das kam. Aber von irgendwo kam es schon, das. Äh. Okay. Der bevorzugte ich mal das hier. Und das Herz hab ich auch gerne. Und. Noch ein Herz. Okay. Okay, der kann krabbeln. Das ist am besten. Aber wo zum Teufel muss ich hin? Das ist die bessere Frage. Hä? Okay, Raketenwerfer. Boah. Nicht vier Minuten. Okay. Puh. 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 Ja, okay, das macht irgendwie Spaß. Puh. 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 Ah. Da war die Tür versteckt. Ah. Ah. Oh. Nein. Nein, Seepferdchen. Nein. Hab dir nichts getan. Töte mich nicht. Ich bin nur ein wahlloser, ein obdachloser Penner, der gerade Geld versucht zu finden. Und irgendwelche Stachelteile mich abstechen, weil ich nur, weil ich korrekt bin. Okay, ein Hase bin ich. Oder der Raketen-Typ. Keine Ahnung. Hm. Ach, scheiße. Fick dich. Okay, gespeichert. Hey, puh. Wartet. Okay, weiter. Hey, das war jetzt ein... Das war jetzt ein Scherz, oder? What? Fick dich. Mann, jetzt mal vorne wieder. Glaub ich jetzt mal. Egal, ich hatte zu Glück gespeichert. Ich hoffe, er ist noch da. Wenn nicht, dann bin ich ganz, ganz böse. Okay, bitte, bitte. Super duper. Du, was? Ich hasse dich. Was? Was? Achso, ich muss auf ihn reiten. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Let's go, the party's lairat. Okay, geschafft. Oh, er hatte auch einen Stern. Mann, aber irgendwie klingt das... Keine Ahnung, nach was das klingt. Irgendwie böse. Aber er ist ja böse. Aber... Aber das... Okay, das klingt aber auch schon cool. Hm, puh. Puh, puh. Puh, puh. Warte. Okay. Okay. Geschafft. Warum war die Tür schon auf? Äh, 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 äh. Irgendwie geht das jetzt ein bisschen schneller als davor. Bitte, 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 Geld. Oh, lecker Geld. Ah ja, wenn das ganze Geld weg ist, dann habe ich reingekackt. Dann muss ich, glaube ich, von vorne machen oder so. Denke ich jetzt mal. Aber ich weiß nichts. Ich weiß nichts vom Spiel. Das ist ja alles blind. Aber ich bin schon gut mit Wario. Ich glaube, das ist der nächste Boss. Die Musik gefällt mir schon. Was hat er denn aufgefressen oder was? Oder was? Oder Paskas? Äh, wartet. Okay, noch eine Minute. Dann ist das Spaß vorbei. Dann kann ich karten. Und das ist wunderschön. Das ist wunderschöne Frau. Mit großen Busen. Ach. Ach, keine Ahnung, von wo das jetzt kam. Hm. Du, 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 du. Okay. Es ist der, den ich gekillt habe oder was? Und ist wieder zurückgekommen. Okay. Okay, langsam war das eh nie zu leicht. Oder ich bin einfach zu gut für dieses Spiel. Äh. Äh. Wartet. Ja, ich bring dir hier mal die Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüss. Jagalso.